Konto in der Schweiz eröffnen. Schnell! Welche Dokumente müssen Sie der Schweizer Bank vorweisen? 2018. Statistiken belegen, dass der Finanzplatz Schweiz das sicherste Finanzzentrum der Welt ist, um ihre Vermögenswerte zu schützen. Die Schweiz ist erste Wahl für internationale Geschäftsleute. Sie müssen wissen, dass die Schweizer Banken stark reguliert und überwacht sind. Die Schweizer Regierung verfolgt zwei Hauptziele. Ziel Nummer 1 ist, den Ruf des Schweizer Finanzplatzes zu schützen. Ziel Nummer 2 ist, die Kunden der Bank zu schützen. Ein Konto in der Schweiz eröffnen kann ein traumatisches Erlebnis werden. Nicht mit uns. Wir sind hier, um Sie zu betreuen, um Sie zu coachen, damit Ihr Konto in der Schweiz eröffnen zum Kinderspiel wird. Entdecken Sie jetzt, welche Dokumente Sie für eine schnelle und erfolgreiche Kontoeröffnung benötigen. Mit den richtigen Dokumenten können Sie blitzschnell ein Konto in der Schweiz eröffnen. Mit richtigen Dokumenten ist Ihr Konto im Nu operativ. Bleiben Sie dran! Guten Tag! Ich bin Rechtsanwalt Enzo Caputo, der Inhaber der Boutique Anwaltskanzlei Caputo & Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com, die Webseite, wo erfolgreiche internationale Geschäftsleute nützliche Tipps für erfolgreiche Geschäfte mit Schweizer Banken bekommen. Wir haben erprobte Lösungen zum Schutz Ihres Vermögens. Wir müssen vorab herausfinden, ob die Bank ihrer Wahl in der Lage ist, ihre Bedürfnisse und ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir haben mehr als 200 Banken in der Schweiz, die von der Finanzaufsichtsbehörde FINMA reguliert und beaufsichtigt werden. Schweizer Banken haben sich auf bestimmte Geschäftsbereiche spezialisiert. Jede Bank hat ihre Spezialitäten. Daher werden Banken nach ihrem Wohnsitzland fragen, nach dem Betrag, den sie investieren wollen, nach den Arten von Transaktionen, die sie planen. Deshalb haben Schweizer Banken häufig folgende Fragen an sie. Wo haben sie ihr Geld verdient? Was ist der Ursprung, die Quelle und die Geschichte ihres Geldes? Wo ist das Geld jetzt? Bei welcher Bank liegt ihr Geld jetzt? Welche Kontraktivitäten suchen sie? Investieren sie ihr Vermögen in Finanzprodukte? Suchen sie Beratung für ihre Anlagen? Möchten sie ihrer Bank ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen? Brauchen sie ihr Vermögen, um Geschäfte in der Schweiz oder im Ausland zu tätigen? Sind ihre bankfähigen Vermögenswerte versteuert? Sind sie eine politisch exponierte Person? Sind sie eine US-Person? Beschäftigen sie sich mit sensiblen Geschäftsaktivitäten wie Bergbau, Gambling, Unterhaltung, Casino, Nachtclubs, Immobilien? Machen sie Geschäfte mit korruptionsanfälligen Ländern, die einen hohen Corruption Perception Index haben? Kommen ihre Einkommensströme aus Ländern, die für die Produktion von Drogen bekannt sind? Der Prozess schaut kompliziert aus, nicht wahr? Machen sie sich keine Sorgen. Wenn sie von uns beraten lassen, wird das Konto in der Schweiz eröffnen zum Kinderspiel. Ich werde sie Schritt für Schritt durch den Kontoeröffnungsprozess begleiten. Ich werde sie coachen, sodass sie auf alle Fragen der Bank sofort die passende Antwort haben und sich nie widersprechen. Es ist sehr wichtig, die bestmögliche Bank für Sie zu finden aus über 200 Banken, bevor Sie mit der Kontoeröffnung beginnen. Welche Dokumente müssen Sie vorlegen? Sie benötigen einen gültigen Reisepass zur persönlichen Identifizierung. Ich empfehle, den Originalpass physisch in der Bank auf den Tisch zu legen. Der Reisepass sollte mindestens für ein weiteres Jahr gültig sein. Die Bank identifiziert Sie anhand des Reisepasses und zertifiziert Ihre Reisepasskopie. Führerscheine und Personalausweise werden nicht akzeptiert. Eine Kopie, die von einem Notar legalisiert und mit Apostille superlegalisiert ist, ist auch okay. Bevor Sie anfangen, Dokumente zusammenzustellen, schicken Sie mir eine Passkopie per E-Mail. Passkopie sende ich zur Vorabkontrolle an die Bank. Anhand der Passkopie wird die Bank Ihren Namen mit der Datenbank namens WorldCheck abgleichen und prüfen, ob Sie auf einer der vielen schwarzen Listen stehen. Alle Schweizer Banken führen die bekannte Datenbank namens WorldCheck. Wenn Sie in WorldCheck erwähnt sind, wird die Eröffnung eines Schweizer Bankkontos fast zur Mission Impossible. Für Kunden, die aus WorldCheck entfernt werden sollen und wollen, gibt es jedoch ein spezielles Verfahren. Wir sind auf solche Feuerwehrübungen mit WorldCheck spezialisiert. Ich kenne den Gründer von WorldCheck, Herrn David Lappen, persönlich. Er hat WorldCheck vor 20 Jahren erfunden. Damals verkaufte er WorldCheck erstmals an Schweizer Banken, um politisch exponierte Personen zu identifizieren. Damals nannte man diese Gelder Potentatengelder, also Gelder von Diktatoren, Warlords und andere zwielichtige Figuren. Heute sammelt WorldCheck alle Namen von Personen, die einen schlechten Ruf in den Medien haben. Sie benötigen einen Adressnachweis. Sie brauchen eine Originalrechnung, die Ihre physische Anwesenheit an Ihrem Wohnort belegt. In einfachen Worten gesagt, benötigen Sie eine Stromrechnung, eine Rechnung über den Wasserverbrauch oder auch eine Gasrechnung. Bitte beachten Sie, dass eine Telefonrechnung nicht ausreicht. Wenn Ihnen mein Video gefällt, zeigen Sie es uns jetzt. Geben Sie uns ein Like. Drücken Sie jetzt auf den Like-Button. Sie müssen Ihren wirtschaftlichen Hintergrund dokumentieren. Es ist zwingend erforderlich, die legitime Herkunft der Mittel zu dokumentieren. Diese Dokumente sollen Ihre beruflichen Aktivitäten, Ihr Geschäft und Ihre Herkunft Ihrer Mittel belegen. Wenn Sie angestellt sind, reicht ein Arbeitsvertrag. Wenn Sie selbstständig sind, zeigen Sie die Internet-Domains, die Bilanzen und Kontoauszüge Ihrer Unternehmen. Bankauszüge sind sehr hilfreich, da Sie dokumentieren, wo Ihr Geld liegt. Nützlich sind auch Verträge mit den wichtigsten Kunden und die Rechnungen dazu. Falls Sie Ihr Geld geerbt haben, zeigen Sie die Erbbescheinigung. Wenn Sie ein Geschäftshaus oder eine Villa verkauft haben, zeigen Sie die Verträge dazu. Schweizer Banken haben heute panische Angst vor Schwarzgeld. Aufgrund der Skandale mit Schwarzgeld und den horrenden Bussen, welche aus den Schweizer Banken erpresst wurden, sind Schweizer Banken heute übervorsichtig oder gar paranoid, wenn es um Steuerhinterziehung geht. Sie müssen nachweisen, dass Ihre Vermögenswerte versteuert wurden. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Steuererklärung und Ihre internationale Steuernummer vorlegen, wird die Bank sehr glücklich sein. Wenn Sie heute noch steuerneutrale Gelder haben, die nicht versteuert sind, dann sollten Sie Schweizer Banken meiden. Sie werden damit in der Schweiz niemals ein Konto aufbringen. Der erste automatische Informationsaustausch startet im September 2018. Das bedeutet, dass Ihre Finanzdaten mit Ihrem Wohnsitzland automatisch ausgetauscht werden. Der Prozess sieht kompliziert aus, nicht wahr? Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie Schritt für Schritt begleiten. Wir finden immer die richtigen Dokumente für die Bank. Wenn Sie Fragen zur Konteröffnung oder zu Dokumenten haben, schreiben Sie diese Fragen in den Kommentarbereich. Ich werde alle Ihre Fragen innert 24 Stunden beantworten. Vor vier Monaten habe ich aufgehört, Videos zu produzieren. Der Grund hierfür war, dass ich mich auf die neuen Inhalte unserer Webseite konzentriert habe. Es erwartet Sie eine geballte Ladung an Insider-Know-how über Private Banking, Asset Protection, Vermögensverwaltung, internationale Steuerstrategien, den automatischen Informationsaustausch, AIA und wie Sie ihm nicht zum Opfer fallen. In Kürze wird es ebenfalls von uns extra für Sie den weltweiten ersten Private Banking-Führer geben, mit allen Privatbanken in der Schweiz. Des Weiteren stehen über 30 neue Videos in den Startlöchern, die jeden internationalen Geschäftsmann brennend interessieren. Sollten Sie also immer noch nicht Caput und Partners auf YouTube abonniert haben, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Vergessen Sie in Zukunft keine wichtigen Themen mehr, mit vielen Tipps und Tricks, denn es geht um Ihr Business, Ihr Vermögen und Ihren internationalen Erfolg. Seien Sie immer up-to-date mit uns. Drücken Sie jetzt auf den Subscribe-Button und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie eine private oder vertrauliche Frage haben oder wenn Sie Ihre Vermögenswerte schützen möchten, indem Sie heute Ihr Schweizer Bankkonto eröffnen, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie 0041442124404. Es ist nie zu früh, um Ihre Vermögenswerte zu diversifizieren und in der Schweiz sicher anzulegen. Schaffen Sie einen Grossteil Ihres Vermögen aus Ihrem Land, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt und verstaatlicht. Die Bailing-Gesetze sind in 28 EU-Ländern in Kraft seit 2017. Die nächste Krise kommt bestimmt. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.